Liebe Zuschauer, heute ist der 20. Dezember und wir öffnen wieder ein neues Kalender-Türchen. Zuvor wollen wir aber schauen, wer das Präsent aus dem gestrigen gewonnen hat. Aber was gab es denn da eigentlich zu gewinnen? Da gab es einen Wellness-Gutschein zu gewinnen, also eine Überraschung von der Parfumrie Burger. Eine tolle Behandlung, denke ich mal. Und dann schreiten wir zur Tat. Genau. Gewonnen hat. Gewonnen hat Antje Wolf. Herzlichen Glückwunsch. Und nun öffnen wir gemeinsam Kalender-Türchen Nummer 20. Weihnachten kommt auch, wenn gerade alles ein bisschen anders ist. Denn Weihnachten ist ein Gefühl. TV-Westsachsen und seine Partner verschenken Glücksmomente. Ihr Adventskalender für einen Lichtblick, auch in schweren Zeiten. Wir freuen uns auch dieses Jahr wieder beim Adventskalender dabei zu sein. In diesem Jahr gibt es dieses wunderschöne, kuschelige, weiche Tuch. Gern können Sie das in unserer Kreativwerkstatt in Ebersbrunn auf der Reichenbacher Straße 103, Mittwoch von 15 bis 18 Uhr abholen. Ein wunderschönes Weihnachtsfest wünsche ich Ihnen allen.